Team Dream Agents Beim Kurzprogramm der Junioren haben wir wieder Elemente vorgeschrieben gegeben. Wir haben einmal ein Durchkreuzmanöver, ein Move-Element, ein No-Hold, das heißt wo die Läufer sich nicht anfassen, ein pivotierenden Lock und einen Kreis. Läufer sich nicht an dem Kopf aus der Nähe von Läufer beinhaltet, sondern auch ein Pfeil. Läufer sich nicht anstatt. Musik 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 Musik